Tranksreise zum Thema Merkfähigkeit, Leistungssteigerung und Gedächtnis und Intelligenz. Schließe deine Augen und finde eine bequeme Position, in der du dich entspannen kannst. Atme tief ein und aus. Während du dich auf deinen Atem konzentrierst, lasse alle Gedanken und Sorgen des Tages los und tauche in eine tiefe Entspannung ein. Spüre, wie du ein- und ausatmest. Höre das, was es im Raum zu hören gibt. Du kannst fühlen, wie sich dein Körper anlehnt an einem Stuhl, auf dem Boden, auf dem Bett, im Sessel, auf dem Sofa, dort, wo du dich gerade aufhältst. Alle Gedanken dürfen weiterziehen wie die Wolken am Himmel. Mit jeder Wolke wirst du entspannter und ruhiger. Vor deinem geistigen Auge formt sich ein Bild. Du siehst vor dir eine Treppe, die aus drei Stufen besteht. Du stehst vor dem Treppenabsatz und blickst die Treppe entlang. Schau sie dir genau an, wie gut sie aussieht, wie schön sie gebaut ist, wie wunderbar sie dich tragen wird. Gleich werde ich zu zählen beginnen. Mit jeder Zahl, die ich nennen werde, gehst du eine Stufe weiter. Und während du entlang gehst, gehst du mit jedem Schritt mehr und mehr in einen Zustand der Entspannung. 1. Du gehst die erste Stufe und es fühlt sich gut an. Entspannung nimmt mehr und mehr Raum ein. 2. Du gehst weiter hinein in einen angenehmen, entspannten Zustand. Alle noch vorhandenen Entspannungen fließen ab in den Boden. 3. Du bist jetzt ganz tief, ganz tief in Entspannung. Du spürst eine wundervolle Ruhe, fühlst dich wohl, gelöst und frei. Stell dir nun vor, dass du dich in einem wunderschönen Garten befindest. Die Sonne scheint warm auf deiner Haut. Du spürst eine angenehme Brise, die durch die Blätter der Bäume weht. Du fühlst dich ruhig und gelassen. Während du durch den Garten gehst, entdeckst du einen kleinen Teich. Das Wasser ist klar und ruhig. Setz dich an den Rand des Teiches und betrachte dein Spiegelbild im Wasser. Du bemerkst, dass dein Geist ruhig und klar ist. Du schaust näher hin und siehst, dass aus dem Wasser des Teiches kleine funkelnde Lichter aufsteigen. Jedes Licht repräsentiert eine Erinnerung, die du stärken möchtest. Konzentriere dich auf ein bestimmtes Ereignis oder eine Information, die du behalten möchtest. Während du auf das Licht fokussiert bist, spürst du, wie es in deinem Geist übergeht und sich dort verankert. Du fühlst, wie deine Merkfähigkeit sich immer mehr und mehr stärkt. Und du dich besser an wichtige Informationen erinnern kannst. Je mehr Lichter und Erinnerungen du fokussierst, desto mehr merkst du, dass du klüger, merkfähiger, und dein Geist sich wacher anfühlt. Nimm dir nun etwas Zeit, um alles Wichtige für dich zu fokussieren. Passiv. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Wenn es euch gefallen.